so so, also, ähm äh, blenden wenig also, ich habe mal mit dem Handy eine Liste gemacht ähm, was ich mal alles machen wollte für Themen und da war auch dabei wie mein YouTube-Name entstand also, der neue Flur, das Original so, jetzt, ähm ihr könnt das rausfinden also, jetzt wisst ihr es danach also, der neue Flo habe ich deshalb genommen weil ich früher auch schon einen YouTube-Kanal hatte da hielt ich Flo 2 irgendwie so da die Augenparabonnenten, viele sogar die habe ich aber wieder aufgegeben, weil ich irgendwie keinen Bock mehr hatte ähm, genau der neue Flo wisst ihr jetzt nicht so die zwei Bündnisstricke habe ich einmal so gemacht, als Gag, keine Ahnung und jetzt das Original ähm naja woher habe ich das Original das habe ich von dem Radiosender RPA1 bin ich ganz ehrlich weil der heißt auch, äh also das Motto, so, RPA1 statt Original fand ich toll das Original hat sich toll angehört aber nicht nur, weil es toll angehört hat, habe ich genommen sondern weil ich als auch das Original bin und jetzt nicht irgendwie weiß ich nicht, irgendeine Feststellung oder so keine Ahnung, ähm ich habe einfach mal genommen ja und somit ist der Name entstanden der neue Flo das Original ja, ich wüsste auch mehr, ähm, genau war's eigentlich auch schon wieder oh, die Sonne Blende naja naja, ist aber egal, ist eigentlich schön das war's eigentlich auch schon wieder danke, bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal